Liebe Hörer, hier ist Burkhard Müller-Ulrich und ich begrüße Sie an diesem Donnerstag, dem 19. August, zu einer neuen Folge von Indubio, dem Podcast für Dick- und Dünnhäuter, für Zweifler und Verzweifelte sowie für Weitgereiste und für Daheimgebliebene. Wir unternehmen heute, da das Reisen ja gerade keinen großen Spaß macht, eine akustische Ersatzhandlung und reden über eine weit entfernte Gegend, in der es wirkliche Dickhäuter gibt, einen Kontinent, den man gelegentlich auch als den Verlorenen bezeichnet und der trotzdem für manche Leute zu einer Herzensangelegenheit geworden ist, zum Beispiel für meinen Gesprächspartner Wolfgang Drexler. Er lebt seit vielen Jahren in Südafrika als Korrespondent zahlreicher deutschsprachiger Medien, vor allem schreibt er für das Handelsblatt. Hallo Wolfgang. Hallo Burkhard und vielen Dank für die Einladung, etwas über meine Wahlheimat zu erzählen. Ich habe zu danken. Wolfgang, wir bleiben beim Du, weil wir uns auch außerhalb dieser Interviewsituation kennen und ich möchte diesen persönlichen Ton auch deswegen anschlagen, weil es mich natürlich interessiert, was dich eigentlich getrieben hat, Südafrika zu deiner Wahlheimat zu machen. Also wann und wie fing das an? Also das Interesse an Südafrika geht sehr weit zurück, mehr als 40 Jahre und ich möchte vielleicht einen kleinen Schnelldurchlauf hier starten, der am Ende dann mit der aktuellen Lage Südafrikas kulminiert. Ist ja ein Land, was nicht jeder so gut wie die USA oder unsere Nachbarstaaten kennt. So, ich bin also in den 1970er Jahren politisch sozialisiert worden und zwar gab es da ja große Themen. Die großen Themen waren die RAF, die Nachrüstung, Atomkraft, Kalter Krieg. Und ein Riesenthema war eben damals auch Südafrika. Wegen der Apartheid natürlich Südafrika damals. Ich erinnere mich, dass das eigentlich ein Land war, ja, wie soll man sagen, also das war schon der Paria der Nationen aus europäischer Perspektive, aus abendländischer Perspektive irgendwie bäh, man ging da nicht hin wegen der Apartheid. Genau so ist es. Es war der Baddy. Jede Zeit hat seinen Baddy oder seinen Bösewicht. Damals war es genau Südafrika und zwar bedingt, das ziemlich leicht zu platzieren, durch die Schülerunruhen in dem schwarzen Johannesburger Township Soweto, die damit gegen das minderwertige schwarze Erziehungssystem demonstrierten. Dieser Aufstand wurde damals blutig niedergeschlagen und flimmerte, und auch die Folgen davon, wochen, monatelang über die Bildschirme. Und um den kurz zu platzieren, vielleicht also Apartheid, du hast es schon gesagt, die herrschte damals in Südafrika, 1948 von den Buren eingeführt, auch als Schutz zum Eingang die Engländer, die bis dahin das Land führten, aber auch natürlich die schwarze Mehrheit. Sonst hätte man ja gar nicht an die Macht gekonnt durch die Demografie. Dann Blütezeit der Apartheid, 60er Jahre, Infrastruktur, das Land boomte also. Und dann ab 76 eben geriet die Apartheid in Zwanken und dann kam eben auch dieser Schulstreik, der uns so beschäftigte. Aber der wurde eben blutig niedergeschlagen. Dann hatte ich enge Familienfreunde oder habe die auch noch in Südafrika, die Farmen westlich von Johannesburg. Dadurch hatte ich die Gelegenheit, Südafrika gleich nach dem Abitur 1982 drei Monate lang in einem Pritschenwagen zu bereisen, den ich eben vom Farmer bekam, vom Familienfreund, mit zwei weiteren Freunden und das Land also kennenzulernen in einer Art und Weise, wie das heute nicht mehr möglich ist. Ich konnte in die Townships rein, ich konnte das Landleben kennenlernen. Ich konnte in die Minen, die Platinminen, die gleich neben der Farm lagen, Naturparks, mehr. Also ich fand alles dort, was ein politischer Kopf irgendwo suchte, die existenziellen Probleme der Menschheit und des menschlichen Zusammenlebens, die ja so ein, in Anführungsstrichen, Rassenstaat einem politisch Interessierten bietet. Ja, also Entschuldigung, hattest du keine Angst, weil Soweto, blutig niedergeschlagen, Unruhen, Rassengewalt und so weiter. Ich meine, ich bin ein ängstlicher Typ, aber du offenbar gar nicht. Sagen wir mal, ich habe einen gewissen Mut, aber ich bin vorsichtig mutig. Ich weiß und spüre das auch heute sowieso nach längerer Zeit im Land, wenn eine Stimmung dreht. Bei damals, auch als ich runterging in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, als bei Demonstrationen plötzlich auch Weiße in den Fokus gerieten. Und auch im Soweto übrigens, die Toten, die da unter den Weißen zu beklagen waren, während der Unruhen, waren ja Sozialarbeiter, die draußen an der Front waren und die direkt helfen wollten. Also es erwischt dann meist nicht die, die das System implementieren und führen, sondern gerade die, die über die Rassenschranke rübergehen. Nein, also gewisse Vorsicht habe ich schon, die braucht man in Afrika generell, auch durch Gesundheitsfragen. Ist ja ein Kontinent, wo man sich eine Menge einfangen kann. Schlechte Infrastruktur. Niemand würde in Afrika nachts im Auto fahren, weil die Autos unbeleuchtet sind. Also man braucht generell ein gewisses Sicherheitsempfinden in Afrika. Und das hatte ich eigentlich ziemlich frühzeitig, auch weil ich hier in Demos in den 70ern war. Da ging es ja auch ziemlich heftig her. Da ging die Polizei auch dazwischen. Ich war also vorbereitet, um es mal so zu sagen. Und es gibt wilde und gefährliche Tiere. Also mit Afrika natürlich assoziiert man ja immer die Big Five. Was waren das gleich? Die Elefanten, die Nashörner, die... Löwen natürlich, Leoparden und nicht? Genau. Und wann war es, glaube ich, noch einer? Nielpferde, oder? Glaube ich. Nein. Die Nilpferde, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist einer von dem großen Genuss oder sowas sogar, der drunter ist. Aber du hast recht. Die Nilpferde sind die eigentlich gefährlichen. Die töten die meisten Menschen, vor allem wenn sie an Land sind, wo sie sich eben nicht so heimisch fühlen und man gerät zwischen die Kleinen und das Nilpferd. Dann wird man da schnell totgestapft auch. Also Nilpferde, auch so eine Sache, die die meisten nicht wissen, sind die größte Gefahr. Genauso wie wenn Leute heute nach Südafrika kommen, dann denken sie immer, Hochsicherheit ist ein Land, wo hohe Kriminalität herrscht. Tut es auch. Erwischt einen bloß an den Touristenorten meist nicht. Da muss man vielmehr auf der Straße aufpassen. Südafrika hat eine enorm hohe Todeszahl auf der Straße. Die Zahlen sind abstrus hoch, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Wir haben, glaube ich, 3000 Verkehrstote bei einem dreimal so hohen Autopark und Südafrika hat 10.000 bei einem also nur ein Drittel bis ein Viertel so hohen. Aber die Hälfte davon sind wiederum Fußgänger. Da wird ein bisschen über Durst getrunken. Die fallen dann auf die Straße auch. Da verstehen den Autoverkehr nicht. Sie können das mit dem Auto nicht richtig abschätzen. Also es ist ein Land, was auf jeden Fall, wie du merkst, einiges auch für diejenigen bietet, die ein bisschen Risiko gehen wollen und nicht nur am Strand liegen möchten. Okay. Also jetzt haben wir ein bisschen ausgeholt in die Vergangenheit. Der Anlass unseres Gesprächs ist natürlich auch, weil wir sind Journalisten, ein aktueller. Und zwar, man hat ja im Juli, also ist noch nicht allzu lange her, vier bis sechs Wochen, hat man unglaubliche Gewaltausbrüche gehört, gelesen, mitten im Winter. Also jetzt ist ja Winter in Afrika. Also kalt. Apropos kalt. Wie kalt wird es da? Es ist unterschiedlich. Auf dem sogenannten Heifeld um Johannesburg gehen die Temperaturen nachts wegen der Höhe schon auf Nullpunkt runter in den Küstenregionen. Und übrigens, das war ja einer der Orte, wo die Unruhen stattfanden. Also oben das Heifeld, wo auch die ganzen Minen sind. Und dann war die andere Unruhestelle Quasulunatal. Das ist eine Küstenprovinz. Da ist sehr angenehm warm. Da wird es auch nachts nie unter zehn. Und am Tage geht es schon in die 25er. Also das ist schon sehr angenehm dort. Also da fährt man auch gerne im Winter oder im Südwinter wohlgemerkt jetzt zu den Ferien hin. Okay. Aber heiß jedenfalls waren die Kämpfe, die da stattgefunden haben. Und brenzlig ist die Situation. Und jetzt wollen wir uns dieser Thematik mal von beiden Seiten nähern. Von jetzt, von der Aktualität. Aber auch eben mit dem historischen Hintergrund, den du da mit deiner 40-jährigen Afrika- oder vor allem Südafrika-Erfahrung mitbringst. Mal ganz kurz und blöd gefragt. Was war denn da jetzt eigentlich los? Wer gegen wen? Ich möchte nur eine Sache noch sagen, weil das kannte ich ja schon, was da passiert ist in gewisser Weise. Als ich damals ankam, 1985 mit dem Containerschiff davor fuhr, zum Studium erst mal, da brannte Südafrika genauso, wie es jetzt brannte. Da hatten wir also auch die letzte große Widerstandswelle, bevor die Apartheid dann fiel. Ich hatte ja schon erwähnt, 76 geriet sie ins Wanken. Dann war noch mal zehn Jahre Ruhe im Karton. Und dann ab Mitte der 80er ging das richtig los in Südafrika. Also als ich dann einlief, da waren die Townships Branden. Jetzt, wie das eben Rose Rauch sollen, wie wir sie auch jetzt am... Ja, okay, okay. Also die Formen der Gewalt sind gleich. Aber es geht doch vom Background her hier um was ganz anderes. Denn damals war einfach Schwarz gegen Weiß. Also das war noch das Apartheid-Regime und das sollte irgendwie... So, aber jetzt haben die Schwarzen doch die Macht. Genau. Darum geht es. Und natürlich ist dann, als die Macht jetzt umverteilt wurde, durch Mandela als ersten Staatspräsidenten und Präsident de Klerk als letztem Weißen, der dann das System öffnete, dadurch entbrannten dann natürlich auch all die Konflikte, die bis dahin von der Apartheid zugekleistert oder kaschiert waren, auch innerhalb der schwarzen Bevölkerung. Und da gab es immer schon jede Menge zwischen Stadt- und Landbevölkerung, zwischen eher konservativen schwarzen Bewegungen und der Widerstandsbewegung oder der Befreiungsbewegung, dem afrikanischen Nationalkongress von Nelson Mandela, der sehr hegemoniell vorging und die ganze Macht für sich wollte. Das wollten natürlich viele Schwarze gar nicht. Also wir hatten das ganze Sammelsurium. Auch zwischen Stämmen? Hat das auch was mit Stämmen zu tun? Das ist jetzt zum ersten Mal wieder passiert. Es war also davor hat die Apartheid die ethnischen Differenzen quasi zugekleistert. Die gab es erstmal unter der Apartheid kaum. Die brachen damals schon auf und jetzt ganz massiv. Der regierende ANC war zwar immer schon eine Bewegung, die von COSAS dominiert wurde, zu der unter anderem Mandela gehörte. Das ist der größte, wollen wir mal sagen, Stammvolksgruppe, wie immer, wie das jetzt nennen wir in der heutigen Terminologie. Und die anderen waren die Zulus. Und die kamen erstmal nicht an die Macht. Die kamen mit Jacob Zuma 2009, also 15 Jahre im neuen System, an die Macht. Und damit kamen auch erstmals rassische Spannungen hoch. Weil jetzt fühlten sich plötzlich durch diese Dominanz der ziemlich kriegerischen Zulus, die eine sehr kriegerische Geschichte auch haben, die auch sehr hart gegen die weißen Kolonialherren angekämpft haben, die eine Geschichte haben, die sich nach Afrika rein erstreckt. Das ist also ein wirklich, jetzt klingt es fast ein bisschen wie ein Märchenerzähler, aber es ist wirklich eine kriegerische Nation, Zentralstaat unter Shaka Zulu, nachdem auch der Flughafen in der Metropole Dürben benannt ist, wo jetzt die Unruhen waren. Also jetzt kam Zuma und spielte auch diese Rassenkarte zum Teil. Es kamen also dann T-Shirts, die er trug, 100% Zulu. Das heißt, er sagte, ich bin Zulu. Und natürlich, diese Dinge wurden erstmal ignoriert, aber kam jetzt hoch, wo Zuma vor drei Jahren im ANC gestürzt wurde. Okay, also diese Auseinandersetzungen, auch eben wie du sagst, zwischen Kossas und Zulus, die findet innerhalb der Regierungspartei des ANC, also des Afrikanischen Nationalkongresses statt. Und genau so ist es jetzt auch. Es ist ein inner-ANC-Konflikt, den wir sehen, der aber natürlich Auswirkungen für das ganze Land hat. Der ANC regiert das Land mit einer Zweidrittelmehrheit, die jetzt rückläufig ist, die jetzt Richtung 50% läuft. Aber wenn die Regierungspartei intern solche Differenzen hat, dann spürt man die Erschütterung in der Gesellschaft. Deswegen ist das auch für manche jetzt sehr komplex. Warum sind Weiße betroffen? Sind sie nicht betroffen? Ja, Weiße sind betroffen dadurch, dass jetzt eben Gewerbegebiete abgefackelt wurden, Shoppingmalls, Krankenhäuser und die Wirtschaft ist eben noch in weißer Hand. Und auf diese Art und Weise wurden die Weißen in diese inner-ANC-Unruhen natürlich mit reingezogen. Und zwar auf zweierlei Weise. Einmal ganz konkret durch diese Gewalt, die sich da direkt vor ihren Augen oder in ihren Geschäften abspielte. Aber auch die Sorge, dass diese zunächst mal gar nicht eingedämmte Gewalt, die munter fünf Tage vor sich hin brodelte, dass die Sorge bestand, dass die auf Vororte, auf weiße Wohngebiete übergreifen würde. Und die Polizei stand dabei und konnte nicht eingreifen. Und erst als der jetzige Staatspräsident Cyril Ramaphosa nach fünf Tagen 25.000 Soldaten mobilisierte, da kam diese ganze Unruhe an ein Ende und wurde dann eingedämmt. Aber die Sorge, dass man mit betroffen würde und das war ja auch, man muss es so drastisch sagen, marodierender Mob über die Gewerbegebiete und die Einkaufszentren hinaus plötzlich in Wohngebiete gehen würde, das war die ganze Zeit vorhanden. Die sind zwar relativ gut geschützt, das ist eine Ghettorisierung in Südafrika. Die Leute leben also von Sicherheitsdiensten, von privaten Sicherheitsdiensten geschützten Wohngebieten. Aber auch die sind natürlich nicht in der Lage, Hunderte oder Tausende Leute zurückzuschlagen, die da plötzlich drauf zukommen. Also es ist ein weißer Albtraum quasi. Die Weißen sind, wenn ich das richtig jetzt zusammenfasse, nicht gemeint. Also im Grunde ist es eine inner-Schwarze, eine inner-ANC-Auseinandersetzung. Nur die Produperanzen, wie du es gerade beschrieben hast, die können dann eben auch die Weißen betreffen, weil die Versorgungswege unterbrochen sind und weil vielleicht die Gewalt, wenn sie sowieso mal losgeht, ja nicht so fein getunt werden kann und dann eben jeder, der auch nur mit verschränkten Armen dabei steht und zuschaut, betroffen wird. Aber sie sind nicht gemeint, die Weißen. Sie sind jetzt nicht gemeint. Da muss man klar unterscheiden. Es gab durchaus schon, nicht Gewalt, aber es gab Ausfälle, Tiraden, Wut-Tiraden, auch eher verbal gegen Weiße. Zum Beispiel, um es mal ganz konkret, als der Coronavirus kam, der wurde eingeschleppt nach Südafrika durch Weiße, die in Italien Urlaub gemacht hatten. Und da spürte man plötzlich ein ziemlich starkes anti-weißes Ressentiment im ANC, der die Weißen also jetzt verantwortlich machten. Was müsste er da auch reißen? Was schleppt er uns diesen Virus hier an? Er wurde auch als weißer Virus bezeichnet. Man hatte ihn erstmal völlig unterschätzt. Also da gab es sowas. Aber auch der damalige Präsident Zuma versuchte natürlich, seine Form des Regierens, aber auch seine Form des Plünderns des Staates irgendwie zu verdecken. Und deswegen, sagt er mal, er holt sich eigentlich nur, was die Weißen unter der Apartheid so gestohlen hatten. Da wurden also die Weißen immer wieder als Sündenbock dargestellt. Es gab dieses Wort, das wurde ihm von einer, muss man sich vorstellen, britischen PA-Agentur da suggeriert, White Monopoly Capital, also weißes Monopolkapital. Das wurde also ganz klar gegen die Weißen. Man kann es fast als Hetzen bezeichnen. Die würden die Wirtschaft plündern, obwohl der weiße Privatsektor die treibende Kraft in Südafrika ist. Ohne den würde da ganz, ganz wenig nur noch laufen. Denn alles, was der südafrikanische Staat in Form des Afrikanischen Nationalkongresses anfasst, das wird also, man kann sagen, zum Desaster. Der ANC scheint nicht mehr in der Lage zu sein, einen Supermarkt zu führen. Geschweige denn große Bahnsysteme, geschweige denn Stromkonzerne. Alles staatlich, wo der ANC also seine Leute reinsetzt und sie ruiniert. Also deswegen versuchte man, das zu kaschieren, indem man immer wieder auch die Weißen verantwortlich machte für das, was man selber anrichtete und was im Land schief lief. Also weil du gerade Bahn- und Stromversorgung und so weiter erwähnst, wie ist es denn jetzt? Also Südafrika hat ja doch relativ gut funktioniert und hatte eine Infrastruktur. Also wir werden über die medizinische Seite vielleicht noch zu reden haben, gerade eben auch im Zusammenhang mit Corona. Aber wie sieht es denn jetzt aus? Also verfällt es? Ja, es verfällt zweifelsohne. Es verfällt überall dort, wo der ANC regiert. Es gibt ja auch Lichtblicke. Und das ist fast überall außerhalb von Kapstadt. Genau, es ist außerhalb vom Westkap. Diese Provinz Westkap, die geht ja fast bis Namibia hoch und dann bis zur Garden Route. Das kennen viele Reisende im Osten. Das ist eine fast vorbildlich von der liberalen Democratic Alliance regierte Provinz. Da kann man ganz klar sehen, wie gut Südafrika funktionieren könnte, wenn kein Kumpelkapitalismus herrschen würde. Und wenn man diesen Staat nicht ausplündern würde. Das ist also für mich auch wichtig zu platzieren, weil sonst kommt so ein Defetismus auf. Das geht alles nur einen Bach runter. Es wäre also relativ leicht, ein Land, was aus der Apartheid mit einer vorzüglichen Infrastruktur kam, sowohl Hospitäler, Straßen, Schulen auch zum Teil, Privatschulen, auf denen damals auch schon viele Schwarze waren. Zum Beispiel meine Uni hatte damals 85 mehr als 50 Prozent Nicht-Weiße. Das ist nicht so, dass nach der Apartheid alles neu aufgebaut werden musste. Das verfällt heute. Ganz genau. Und das verfällt, um das noch anzuschließen, durch die sogenannte Black Economic Empowerment Politik, die der ANC als eine Art umgedrehte Apartheid jetzt anwendet. Nun mag man sagen, das ist doch toll. Das ist klar. Jetzt ist politisch erstmal durch Mandela die Sache gerichtet. Jetzt kommt es also wirtschaftlich. Muss jetzt auch was passieren. Stimmt ja auch. Wirtschaftlich muss auch transformiert werden. Das kann ja nicht in weißen Händen bleiben. Nur hat der ANC versucht eben permanent Abkürzungen einzuschlagen auf diesem Wege und hat eine Art Kumpelkapitalismus in Südafrika etabliert, der also nicht etwa die Bedürftigen nach oben gespült hätte, sondern diejenigen bevorteilt hat, die schon politisch wunderbar verbunden waren im alten System, also im ANC und jetzt den Firmen politischen Einfluss sichern konnten. Das war deren Aufgabe. Also nicht Unternehmergeist reinbringen und diese Firmen irgendwie organisch wachsen lassen, sondern rein in die Regierung gute Kontakte schaffen. Und das ist Südafrika zum Verhängnis geworden. Dadurch sind sehr, sehr viele inkompetente Leute auch in Positionen geraten, wo sie nicht sein sollten. Und in Südafrika zählt heute sehr oft die Hautfarbe mehr als die Kompetenz. Und das hat Auswirkungen auf alles. Auf die Polizei, dass sie nicht mehr in der Lage ist, Unruhen in den Griff zu kriegen. Auf den Stromkonzern, der nicht mehr genug Strom herstellt. Auf die einstmals grandiose Airline South African Airways, die jetzt in Bankrott oder quasi zu einer mikronationalen Airline geschrumpft ist, weil sie komplett geplündert wurde. Jeder einzelne Bereich, der in staatliche Hände geht oder wo der ANC seine Nase reinsteckt, geht also den Bach runter. Okay, ich verstehe Inkompetenz und Korruption und umgekehrter Rassismus, kann man sagen. Aber als Südafrika, ich würde mal sagen, jetzt frei wurde, also jedenfalls die Apartheid beendet wurde, Mandela war ja ein unglaublicher Hoffnungsträger, Friedensnobelpreisträger, dann Sympathien aus der ganzen Welt flogen ihm zu. Das war ja auch eine Art traumhafte Situation. Da hat man von dieser Regenbogennation geträumt, nicht wahr, dass das alles jetzt gut würde da in Südafrika. Und jetzt sprichst du von dem Kumpel Kapitalismus da, dem Schwarzgefärbten. Und wir müssen mal die Nachfolger von Nelson Mandela ein bisschen unter die Lupe nehmen. Also Zuma, hast du ein paar Mal erwähnt, der sitzt jetzt im Gefängnis, ne? Genau, der sitzt aber nicht im Gefängnis, weil er jetzt verurteilt worden wäre für das Plündern des Staates oder für seinen Anteil an einem Waffendeal, an dem er auch offenbar Gelder genommen hat. 1999 war das schon. Nein, er sitzt im Gefängnis für 15 Monate oder wie lange es jetzt auch immer sein mag, weil er sich verweigert hat, auszusagen über seine Amtszeit. Vor einer Kommission von einem schwarzen Richter geführt, die hat er also permanent boykottiert und jetzt hat ihm das Verfassungsgericht gesagt, geht nicht so, jetzt geht es also ins Kittchen für 15 Monate. Und darauf sind dann eben seine Anhänger vermutlich aus Sorge, dass es sie jetzt auch treffen könnte, denn der Zuma ist praktisch der erste große Fisch, der jetzt mal ins Netz geht, wurden die natürlich unruhig, dass es ihnen jetzt an Kragen geht. Das erklärt also erstmal, warum das jetzt explodiert ist, unmittelbar, nachdem er sich da an die Sicherheitsbehörden gestellt hat. So, und jetzt hast du genau recht. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Einschnitt, den du erwähnst. Nach Mandela war eben die Hoffnung in der Tat riesengroß. Die war ja deswegen so groß, weil politisch Hoffnung auf rassische Aussöhnung in Südafrika, Vorbildfunktion für die Welt. Der größte praktisch von schwarzen regierte Staat war jetzt Südafrika. Wird das ein Erfolg? Das hätte ja ein ganz großes Signal werden können. Wirtschaftlich, einziger Industriestaat Afrikas. Der Rest des Kontinents ist Agrar. Da gab es diese Wahrheitskommissionen, erinnere ich mich. Also eine sehr dramatische Aussöhnungsgeste, dass man also im Grunde wie nach der Entnazifizierung oder vielleicht später bei uns nach der Entkoronifizierung einander viel zu verzeihen hat. Richtig. Die hatte auch einen durchaus versöhnenden Aspekt. Problem ist eben, wenn man Versöhnung versucht durch Aufarbeitung eben zu klären, kommen natürlich auch sehr hässliche Details an die Oberfläche. Und die schafften dann aber auch schon wieder Ressentiments. Das ist nicht so, dass man, wenn man alles auspackt, wenn man beim Mordprozess zuhört und die Familie des Ermordeten hört da alles, was da passiert ist, dass sie dann Halleluja sagt, wir vergeben Absolution. Also das hat auch sehr viel auch wieder für neue Spaltungen gesorgt. Auch aber, Burkhard, weil der ANC überhaupt nicht glaubte, selber Dreck am Stecken zu haben. Dabei gab es in dessen Camps im Umland in Angola auch Menschenrechtsverletzungen. Aber die wollte man natürlich auf gar keinen Fall debattiert haben. Und auch Nelson Mandelas Frau, Winnie Mandela, hatte sich offenbar in den 80er Jahren also einige grobe Ausreißer geleistet. Da ist auch ein schwarzer Aktivist bei ihrem Haus ums Leben gekommen und und und. Eine sehr komplexe Geschichte. Aber auch die wollte nicht aussagen. Diese Kommission, ja, sie hatte ihren Zweck. Sie wurde aber anders als zum Beispiel in Chile nur von religiösen Führern, die sehr ANC nahe geführt. Während zum Beispiel in Chile, wo es auch eine Wahrheitskommission nach Pinochet gab, da waren alle drin. Auch regierungsdamals Pinochet nahe Leute, die auch ihren Senf dazugeben konnten. Auch Politikwissenschaftler und solche Leute, die ganz knallhart analysieren konnten. Das gab es in Südafrika nicht. Das war ein sehr religiös angehauchtes Unternehmen, diese Wahrheitskommission. Weil ja auch der Bischof Tutu da maßgeblich beteiligt war. Genau. Der dann eben als Winnie Mandela nicht aussagen wollte, auch in Tränen ausbrach. Also daran siehst du nur, diese Wahrheitskommission war notwendig und sicherlich auch ein wichtiger Schritt der Aussöhnung. Aber sie öffnete auch wieder viele Klüfte in der Gesellschaft, auch weil den Leuten nicht ausreichend Kompensation gezahlt werden konnte. Das Geld war einfach nicht da. Südafrika ist kein reicher Staat. Und vielleicht darf ich noch eins. Hier haben wir politisch, wirtschaftlich und auch touristisch öffnete Südafrika. Jetzt kamen ja die Deutschen plötzlich ins Land. Es wurde sehr populär und damit kriegte Südafrika ein ganz neues Image. Und auch die Fußball-WM 2010, die eigentlich der große Boost werden sollte für das Land, um wirtschaftlich wirklich durchzustarten. Nicht nur durch die Finanzkrise, die damals weltweit eben sich bemerkbar machte, sondern auch weil Zuma an die Macht kam, wurde das genau in ihr Gegenteil verkehrt. Das seit 2010 ist Südafrika ein schleichender Niedergang. Das Land ist in schwere Schieflage geraten. Gerade eben dadurch, dass der damalige Präsident Jacob Zuma sich eben versucht hat, zu bereichern. Was er übrigens als selbstverständlich empfand, und das ist ein wichtiger Aspekt auch für diese Unruhen. Er ist eben der Meinung, das ist eigentlich ein Stammesfürst, Herr Zuma. Also ein Sulu, der aus einer Sulu-Tradition, aus einer ethnischen Tradition kommt. Oder wie man was sagen, ethnische Tradition, der zumindest ethnisch im Denken verhaftet ist. Und der sieht zum Beispiel Korruption, das hat er ganz offen gesagt, als ein Konstrukt der Weißen. In Afrika ist er der Meinung, hat ein Stammesfürst, ein Chief, das Recht, dass er, wenn er Aufträge vergibt oder ähnliches macht, dass er seinen Anteil bekommt. Und er wehrt sich auch gegen diesen ganzen Verfassungsstaat. Er hat nie verstanden, warum ihm Richter da in gewissen Dingen reinreden können. Er meint, er wäre doch gewählt. Und Machtteilung ist ihm eigentlich schleierhaft geblieben. Das ist eigentlich das Dramatische in Südafrika, dass man eine Art Feudalsystem, ein afrikanisches Feudalsystem hat, das jetzt über einen Verfassungsstaat, einen modernen gestülpt wird. Und das erklärt auch das Ausmaß der Unruhen, aber auch das Unverständnis dafür, derjenigen, die jetzt da Randale machen, dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Denn vieles von dem, was sie machen, halten die für selbstverständlich. Nun könnte es ja sein, ich sage das mal vollkommen ungeschützt und bin mir der Brisanz bewusst, dass dieses Feudalsystem den Afrikanern irgendwie gemäßer ist. Das heißt, dass vielleicht dieser Demokratietransfer und das ganze Republikanische, was aus Europa stammt, dass das auf dem schwarzen Kontinent nicht so funktionieren kann. Also ich denke, damit sind wir natürlich in heiklem Terrain hier. Aber es ist so, dass hier in der Tat eine Art von Kulturkonflikt herrscht. Wenn man das aber heute sagt, wird das weggebügelt. Das darf man nicht sagen. Kultur wird als Tabuthema rausgelassen. Das ist ja schon bei meinem anderen großen Thema Bevölkerungsexplosion in Afrika auch der Fall, dass man nicht drüber redet, warum Afrika einfach seine Bevölkerung nicht unter Kontrolle bekommt, sondern jetzt verdoppelt in den nächsten 30 Jahren von 1,2 Milliarden auf 2,5 Milliarden. Die eigentlichen Themen werden nicht angegangen. Das hat natürlich auch mit männlicher Sexualität zu tun, dass man sich sehr über Kinder definiert. Da kann man nicht einfach sagen, ein bisschen Wohlstand schaffen und dann wird das alles ganz wunderbar. Das sitzt tiefer in der Kultur drin. Und das sieht man ja auch an Herrn Sumer. Der Mann ist ein Polygamist. Der hat vier, fünf Frauen. Zwei sind verstorben. Jetzt hat er, glaube ich, vier gegenwärtig Frauen. Der hat über 20 Kinder. Und wenn man Umfragen macht, auch gerade unter ländlichen, schwarzen Jugendlichen, dann finden die das sehr gut. Die finden das gut, dass der Sumer den Frauen zeigt, wo der Hammer noch hängt, weil die auch verunsichert durch die Moderne sind. Und da ist noch ein afrikanischer Chief. Und das ist erwiesen. Es gibt diese Umfragen auch vom Institute of Race Relations. Nicht, dass es hier heißt, wir würden hier irgendwelche obskuren Theorien spinnen. Das ist eben das Dilemma, dass dort die Tradition und die Moderne knallhart aufeinandertreffen in einem Industriestaat. Und meine Hoffnung war, dass... Und nicht nur im Sinne der Bevölkerungszunahme, sondern auch wirtschaftlich. Denn ich meine, eines treibt ja alle, auch Freunde von Afrika, um. Nicht nur Südafrika. Ich meine jetzt den ganzen Schwarzen Kontinent. Während asiatische Länder, die auf einem ähnlich geringen Entwicklungsstand waren, sich innerhalb der letzten 50, 70 Jahre zu Boom-Nationen entwickelt haben, in mancher Hinsicht Weltmarktführerschaft übernommen haben, tut sich in Afrika gar nichts. Ich würde nicht sagen gar nichts. Es gibt immer wieder punktuell so eine Art... Ja, ist ein bisschen grob formuliert jetzt, ja, aber... Du hast recht, das stimmt. In Afrika läuft es meist gut, wenn ein Rohstoffboom herrscht. Dann kriegt man viel Geld für den einen Rohstoff, den das jeweilige Land ausführt. Zum Beispiel Sambia, Kupfer, Nigeria und Angolaöl. Dann boomt die Wirtschaft wie ein Strohfeuer. Ja, und sobald die Preise wieder runtergehen, die Rohstoffpreise, dann gehen auch Wirtschaftsraten, die bis auf 15, 20 Prozent in die Höhe rasen, dann wieder auf Null oder sogar in Minusbereich. Ja, aber wir reden von Wertschöpfung, von Technologie. Genau deswegen sagte ich, es gibt durchaus, man wundert sich, man hört das dann ja immer wieder, deswegen wollte ich nur darauf hinweisen, Afrika boomt. Also das hört man dann meist im Rohstoffboom. Aber die Leute gucken überhaupt nicht auf die Strukturen, warum Afrika boomt. Du hast recht, dann höre ich ja immer das Argument, ja, das wäre alles der Kolonialismus gewesen, der diese Leute jetzt daran hindert. Ich meine, man muss ja überlegen, 60 Jahre ist die Dekolonisation jetzt her. 1957 war Ghana als erstes Land in die Unabhängigkeit entlassen worden. Das ist jetzt fast 65. Im Menschenleben wäre das jetzt Ruhestand. Andere Länder in Südostasien, Vietnam, da haben die Amerikaner noch 1976 Agent Orange durchs Land geschossen. Und das ist heute ein Mittel- oder High Income Country. Also weit über dem, was in Afrika passiert ist. Und ja, das finde ich auch sehr bedauerlich, weil ich sage das ja nicht, um Afrika niederzureden, sondern ich wünschte mir, dass dieser Kontinent jetzt genauso wie Südostasien oder auch Taiwan, Südkorea mal wirtschaftliche Riesen entwickelt, durchstartet oder Länder wie Chile, Kolumbien, Brasilien, wo zumindest doch ein Fundament geschaffen wurde, ist hier eher das passiert, was eigentlich eine Art Albtraum war, dass der einzige Industriestaat Südafrikas jetzt durchsackt. Und das ist natürlich verheerend, weil der hätte Afrika drehen können. Europa kommt ja nicht als weißer Ritter mehr angeritten. Die haben ja schon Probleme in Mali überhaupt, sich da irgendwie zu etablieren, in einer Armee auszubilden. Wolfgang, lass uns nochmal zurückkommen zur hohen Politik. Wir haben sehr viel über den früheren Präsidenten Suma gesprochen und den noch viel früheren Mandela sowieso. Jetzt ist Herr Ramaphosa am Ruder. Was ist er für einer? Ja, Herrn Ramaphosa habe ich durch mein langes Dasein nun schon relativ lange auf dem Schirm er war, mal Chef der Minenarbeitergewerkschaft. Und da war er noch ein richtig feuriger und engagierter Politiker, der also wirklich was bewirken konnte, der sich auch gegen Winnie Mandela stellte, Mut zur Zivilcourage hatte. Aber dann geschah etwas Merkwürdiges. Er wurde eben nicht Nachfolger von Mandela. Er ist ein Wender von einer sehr kleinen Gruppe und er wurde deswegen erstmal übergangen. Und er ging dann in die Wirtschaft und bereicherte sich oder hatte die Möglichkeit, wenn wir es mal so sagen, sich so zu bereichern, wie ich es beschrieben habe, im Zuge des Kumpelkapitalismus. Er ist heute auch milliardenschwer. Zumindest in Rand, er ist wahrscheinlich auch in Euro, ist der Mann auch zwischen 500 Millionen und eine Milliarde Euro. Durch seine politischen Verbindungen war er sehr wertvoll für die Unternehmen. Und dadurch hat er viel von seinem, nach meinem Empfinden, von seinem Feuer verloren. Er ist ein Technokrat geworden. Er ist einer, der die Dinge nicht angeht, der immer abwartet, der eigentlich diesen Augias-Stall in Südafrika schnellstmöglich hätte aufräumen müssen, weil er jetzt schon drei Jahre an der Macht ist und noch immer sich ziert, wirklich drastische Schritte. Vielleicht ist Frau Merkel sein Vorbild. Die wartet schon seit 16 Jahren ab. Ja, also die beiden haben auf jeden Fall in Sachen Aussitzen eine Menge gemein. Dabei wäre in Südafrika vor allem es wirklich dringlich gewesen, nach dem, was dort passiert ist. Nun kann man über Deutschland reden, wie man möchte, aber Frau Merkel hat nicht den ganzen Staat ausgeräumt. In einem Sinne, dass jetzt nicht mal mehr Geld für irgendwelche Dinge wie zum Beispiel den Aufkauf ausreichender Impfstoffmengen zur Verfügung steht. Also Südafrika ist quasi dadurch, dass es niedergewirtschaftet wurde, in einer fatalen Lage. Okay, ich könnte da jetzt auch antworten, aber wir machen jetzt keine Satire über Deutschland und deutsche Finanzpolitik. Es gibt Parallelen, da hast du auch völlig recht. Nur man muss es schon ein bisschen drastischer, denke ich, hat größere Probleme. Vergleiche das häufig mit der Korruption, Burkhard. Die haben wir ja auch in Europa und die ist auch natürlich nicht zu rechtfertigen, aber wenn sich ein Oberbürgermeister mal einen Jägerzaun irgendwie machen lässt, dann ist das eine andere Form der Korruption, als wenn ein afrikanischer Staatschef wie Herr Mobutu sich den halben Staatshaushalt auf sein Konto wuchtet. Und deswegen auch da, denke ich, ist zwischen den Ländern ein Unterschied. Insofern, als Deutschland ja noch immer weiter tickt, vor allem Steuerzahler hat, die das finanzieren, während Südafrika 60 Millionen Menschen hat und nur 5 Millionen Steuerzahler, von denen die meisten weiß sind und verunsichert. Und die finanzieren den Sozialstaat in Südafrika. 12,5 Millionen Schwarze, die Social Grants, also Sozialbeihilfen bekommen. Und somit wird der soziale Friede quasi von der weißen Minderheit auch größtenteils mit erkauft. Also es ist ein Staat, ein Sozialstaat, in dem keiner einzahlt, der die... Wie in Deutschland, Wolfgang, wie in Deutschland. Es gibt auch nur noch eine ganz verschwindend geringe Zahl von wirklich produktiven Mittelständlern, die das Ganze am Laufen halten. Okay, aber Ende der Satire. Du kennst dich ja nicht nur in Südafrika aus, sondern in ganz Afrika. Wollen wir mal einen kurzen Blick aufs Gesamte werfen. Wie hat sich im Verhältnis jetzt zu Südafrika der restliche Kontinent entwickelt? Und ist, das ist ja eigentlich die Frage Südafrika, unterwegs in Richtung Zimbabwe? Also Zimbabwe ist genau der Albtraum für die Weißen in Südafrika. Da ist genau das passiert, was sie befürchten, dass ein schwarzer Staatschef wie Robert Mugabe, nach damals war er 20 Jahre im Amt, dann wollten ihn die schwarze Bevölkerung nicht mehr und versuchte, ihn loszuwerden. Und da hat er ja die Weißen Farmer zum Sündenbock erklärt und vom Land vertrieben. Damals waren die Weißen, muss man wissen, um ein Prozent der Bevölkerung, eher weniger als ein Prozent. Es war also eine klare Sündenbock-Mentalität. Und Mugabe wurde quasi fast bis zu seinem Tod, konnte er noch 37 Jahre dann dieses Land regieren. Das ist natürlich wäre Albtraum gewesen. Du siehst, Südafrika ist schon ein bisschen anders, hat schon drei Staatschefs in nur 25 Jahren gehabt. Also man muss schon ein bisschen auf die einzelnen Faktoren gucken. Aber wir wollen jetzt ja nicht auf diesen einzigen Industriestaat nur gucken, der immer schon eine Sonderrolle in Afrika gespielt hat. Bis heute, sei es touristisch, sei ich, wie ich sagte, wirtschaftlich schon deshalb, weil dieser Staat seine Wirtschaft diversifiziert hat, während die anderen alle von einem Rohstoff leben. Nein, die Lage in Afrika ist traurig, ist düster. Und ich werde erst mal kurz umreißen, warum ich auch vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer gebe, denn das muss nicht so sein. Man muss sich die Lage nur mal jetzt im Jahr 2021 angucken. Äthiopien, das ist jetzt der neue Hoffnungsträger geworden, weil mit Wachstumsraten 10 bis 15 Prozent sind die also in den letzten zehn Jahren ziemlich durchmarschiert. Das war mal das Hungerregime, wurde zum Hoffnungsträger. Das ist also Afrika. In den 80er, 1980er Jahren Hungerstaat, jetzt plötzlich Hoffnungsträger wegen der hohen Zuwachsraten. Aber nun hat leider der Staatschef, der obendrein Friedensnobelpreisträger ist, Abi hat einen Krieg angezettelt gegen eine Provinz im Norden und damit ist das ganz Erfolgsmodell Äthiopien jetzt in Frage gestellt. Ganz traurig, wie ein weiterer Hoffnungsträger da abgestürzt ist. Ein anderer, ein ganz wichtiges Land ist Nigeria, was 200 Millionen Menschen hat und damit rund 20 Prozent der afrikanischen Gesamtbevölkerung. Da muss ich dir nicht sagen, was dort passiert. Da ist im Norden Boko Haram eine Islamistenbewegung, die also für permanente Unruhe sorgt und quasi jegliche Entwicklung auch enorm erschwert. Obendrein völlige Abhängigkeit vom Öl. 90 Prozent der Exporteinnahmen sind ölabhängig. Und das nach 60 Jahren Unabhängigkeit. So, ein ganz wichtiger Staat, wenn der in die Luft geht, das werden wir in Europa gewaltig spüren. Und noch vielleicht einfach mal Südafrika im Süden. Jetzt haben wir einen im Westen, jetzt haben wir einen im Osten, jetzt haben wir einen im Süden. Die Lage ist dramatisch. Ich sehe nirgends dieses Erfolgsmodell, was eben andere Kontinente haben. Oder eine Lokomotive, die mal ziehen könnte, wie China oder Brasilien. Oder dann eben die kleinen Lokomotiven, von denen ich schon sprach. Taiwan, Südkorea, Indonesien oder wie sie alle heißen mögen, Indien. Die fehlen überall in Afrika. Und die Gründe werden wir jetzt nicht mehr umfassend analysieren können. Das wäre ein anderes Thema, weil heute ist ja auch Südafrika und die Unruhen, die fast nur gestreift haben, hier das Thema. Aber was passieren könnte, hatte ich ja schon am Westkap früher versucht zu erklären, wenn eine liberale Partei reinkommt, die eben nicht die Aura der Befreiungsbewegung hat und die dann durchmarschiert vor 25 Jahre, weil die Bevölkerung, also die Schwarzen in Afrika, diese Befreiungsbewegung auf Gedeih und Verderb unterstützt. Egal, was sie macht, sie wird unterstützt. So, das ist das Problem des Kontinents. Verantwortungslose Eliten, die obendrein von der Bevölkerung im Amt gehalten werden und nachher durch Wahlbetrug im Amt gehalten werden. So, letzte Sache noch, es gibt eine Möglichkeit. Botswana hat das gezeigt. Botswana war 1966 zur Unabhängigkeit ein Wüstenstaat mit 20 Kilometer Asphaltpiste. Dann wurden Diamanten gefunden, eigentlich eher der Fluch in Afrika. Oh Gott, Rohstoffe, jetzt bereichert sich wieder wer? Haben sie nicht gemacht. Sie haben die mit dem großen Unternehmen, Diamantenunternehmen, die Bärs gemeinsam gehoben und vermarktet und sind dadurch zu einem Middle Income Country aufgestiegen. Also Botswana zeigt, wer sein Reichtum vernünftig nutzt, obendrein eine gute ethnische Struktur hat, dass meist eine Volksgruppe da vernünftig agiert, wenig Bevölkerung, ein guter Mix, der kann durchaus erfolgreich sein. Aber das ist in Afrika die große Ausnahme geblieben. Und jetzt ist in jüngster Gegenwart noch etwas hinzugekommen, über das wir zumindest abschließend kurz reden sollten, nämlich dieser Virus oder dieses Virus. Südafrika hat ziemlich früh einen ziemlich harten Lockdown gemacht, wenn ich richtig informiert bin. Was hat es denn überhaupt bewirkt und wie gehen die damit um? Also um es jetzt kurz und knackig zu sagen, Afrika hat durch Corona kein medizinisches oder Gesundheitsproblem. Es hat ein Wirtschaftsproblem, weil all die Probleme, die wir jetzt angesprochen haben, durch Corona beschleunigt werden. Afrika ist auch ein junger Kontinent. Das Durchschnittsalter in Afrika ist 19 Jahre. Ich brauche dir nicht zu sagen, wie oft und wie hart 19-Jährige von Corona betroffen werden. Man kann fast sagen, gar nicht. Also das ist das Problem in Afrika. Es ist nicht das Virus, dass die Leute sterben würden. Sie tun es zum Teil, auch weil in Südafrika, wo das Durchschnittsalter der Bevölkerung schon bei 27 liegt und ein schwaches Gesundheitssystem, staatliches Gesundheitssystem wohlgemerkt, das Private im Gegensatz dazu sehr erfolgreich, ein staatliches eben so runtergefahren wurde, dass der Virus da auch dann eben entsprechende Schäden verursacht. Aber in Afrika ist das Problem, dass durch das Fehlen des Sozialstaates und durch die Tagerlöhner-Existenz der Menschen, die eben keine Ersparnisse haben, dass die zur Arbeit raus müssen und natürlich sowieso in ihren Hütten, in ihren Wellblechhütten, das ist ja der afrikanische Stadt für gewöhnlich, aufeinander hocken. Dadurch kann man weder durch den Lockdown irgendwas erreichen, das Virus setzt sich sowieso durch. Völlig unmöglich, Leute wochenlang nach westlichem Vorbild in ihren Townships, in ihren Wellblechhütten da einzuschließen. Das ist eine Katastrophe, weil A reißt das Virus wunderbar durch die Menschen alle durch und das andere ist, die Leute können kein Geld verdienen und verhungern oder kriegen andere Krankheiten, weil sie eben kein Essen bekommen, weil sie sich nicht vernünftig ernähren können, gar nichts. Also Afrika hat ein Wirtschaftsproblem, das ist massiv verstärkt worden, auch gerade in Südafrika, wo das Virus dazu geführt hat, dass die ohnehin schon hohe Arbeitslosigkeit von, also halte ich fest offiziell, 33 Prozent ist weltweit für den Industriestaat einsame Nummer eins. Und wenn man da eine härtere Definition anlegt, nämlich wenn man die einrechnet, die aufgehört haben nach Arbeit zu suchen, weil sie verzweifelt sind, dann hat Südafrika fast 50 Prozent Arbeitslosigkeit. Das ist nochmal verschärft worden. Also jetzt kannst du dir vorstellen, wenn da ein Coronavirus, eine solche Gesellschaft ohne Sozialstaat mit hoher Arbeitslosigkeit, mit engem Wohnraum, wenn der da reinkommt und dann versucht der Staat den Westen mit seinem Lockdowns zu kopieren, wie man am Anfang das versucht hat in der Verzweiflung und Ratlosigkeit, dann hat das natürlich gravierende Auswirkungen, aber ganz andere als jetzt haben. Verstehe. Eine Nachfrage zum Gesundheitssystem, denn das war ja in Südafrika mal weltweit renommiert. Ich erinnere mich, die erste Herztransplantation wurde in Südafrika vorgenommen. Also da ist ja was. Wie funktioniert das heute? Du hattest schon gesagt, es gibt ein staatliches und ein privates System. Hat natürlich mit Geld zu tun. Wer hat Zugang zu was? Bleiben wir mal ganz kurz noch bei der Herztransplantation. Ich habe die Ärzte gefragt im Hodeskyr-Krankenhaus, wo Banar 1967 diese Herztransplantation die erste der Welt vorgenommen hat. Das wurde fast komplett auch runtergefahren, wenn man der Ansicht war, nee, das ist eine weiße Krankheit, Herz. Nun ist nur durch das Junkfood und überhaupt ungesunde Ernährung Fettleibigkeit gerade diese Art der Erkrankung in die schwarze Gesellschaft reingekommen. Verheerend. Und jetzt gibt es nicht mehr diese Art von Expertise. Man kann noch, man macht noch einige Transplantationen in Johannesburg-Kapstadt, aber viel weniger als früher. Und man muss sich das mal vorstellen, an einem Kontinent, der sich also so, ja, vielleicht nicht gerade wie in Südafrika so schlecht ernährt, das ist ja sehr stark industrielles Essen, was die Afrikaner auf dem Kontinent mit ihrer Einseitigkeit beim Mais essen und so nicht so haben, aber auch einseitig und schlechte Ernährung. Also Herzgeschichten kommen auf und es gibt kein Herztransplantationszentrum zwischen Kairo und Johannesburg. Der ganze Kontinent hat quasi nichts, wo er diesen Krankheiten der Industriegesellschaft Paroli bieten könnte. Und als letztes noch, ja, das private System ist ein sehr gutes, sogar so gut, dass Afrika, Südafrika es exportieren konnte. Exportieren konnte unter anderem in die Schweiz, Hörslanden, Großbritannien, der Nahe Osten, neben Südafrikas private Krankenhausbetreiber mit Kussern, weil die sehr gute und effiziente Modelle haben. Aber da sind nur 15 Prozent versichert und sie sind intern unter Druck geraten, weil auch da der ANC gleich wieder argumentiert, das sind Privilegien, das sind Weiße, die da profitieren oder irgendwelche Reichen. Und da geht man also leider gegen diese privaten Krankenversicherer sehr an. Dass man selber natürlich als ANC-Politiker gerne, das ist System nutzt und auch das Private, das ist eine ganz andere Nummer. Nach außen hin sagt man das, intern nimmt man das gerne in Anspruch. Es ist also auch da eine große Verlogenheit, die leider wieder auf dem Rücken der Armen aus, der Bedürftigen ausgetragen wird. Also wir haben jetzt in diesem ganzen Gespräch viel Bedenkliches, viel wehmütig Stimmendes für Freunde von Südafrika gehört. Ich nehme an, in deiner Brust schlagen zwei Herzen und die Frage, ja, bleibe ich jetzt da in Südafrika, wo du ja wohnst, oder gehe ich zurück nach Deutschland, wo du ja schließlich herkommst. Wie wirst du die in Zukunft entscheiden? Das ist natürlich auch davon abhängig, wie sich das Land entwickelt. Ich bin dem Land, wenn man es so sagen möchte, sehr verpflichtet. Ich liebe dieses Land. Es ist mehr als eine Wahlheimat. Ich liebe ja immerhin inzwischen 35 Jahre dort. 20 war ich in Deutschland. Also ich habe schon den Großteil meines Lebens sogar dort verbracht. Und deswegen würde mir das natürlich enorm schwerfallen, wenn Südafrika dermaßen abstürzen würde, dass es kein vernünftiges oder halbwegs Qualitätsleben dort mehr gäbe. Das ist noch lange nicht der Fall, glücklicherweise. Man muss allerdings gucken, was in den letzten 20 Jahren passiert ist und auch die Geschwindigkeit, mit der es passiert ist. Also als Freund des Landes sehe ich mich insofern in der Pflicht, als dass ein Freund nicht in der Not geht und sein Renzlein packt. Und ich sehe mich übrigens, und das sei noch angemerkt, weil du auf meine Kritik an Südafrika angesprochen hast, das sehe ich auch als Freundschaftsdienst. Weil ein echter Freund, der sagt einem Freund in Not auch die Meinung. Wie man einem Drogenabhängigen sagt, also bitte, Spritzen geht nicht mehr. Du musst jetzt mal anfangen, selber dein Leben in die Hand zu nehmen. Das versuche ich also sowohl im politischen wie auch im gesellschaftlich-sozialen, privaten. Und ich hoffe, dass da noch eine Zukunft auch für mich ist. Wobei ich könnte mir durchaus auch mal einen anderen Teil der Welt einfach aus Interesse vorstellen. Ich liebe Südamerika und andere Kontinente. Also es wäre eher dann eine Entscheidung, dass ich in meinem Alter noch mal gerne was ganz Neues sehen würde nach 35 Jahren. Aber gegenwärtig ist das nicht auf dem Radar. Und ich sehe schon meine Zukunft in dem Land in der Hoffnung, dass es die Kurve kratzt. Vielleicht kann man da auch meinen Leitspruch, mein Lebensleitspruch lautet ja von Theo Ben-Gurion, dem israelischen Staatsgründer. Der hat mal gesagt, wer nicht an Wunder oder wer nicht an das Unmögliche glaubt, der ist kein Realist. Und das habe ich immer für Afrika und für Südafrika auch gesehen. Und da ist noch ein bisschen Luft nach oben, denke ich. Wolfgang, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Interesse. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank.